so hier kommt unser letzte also vorletzte gesagt mission hier sollte nur der staffelführer nach unten fliegen da die mission sonst nicht klappen wird weil da jetzt im markierten bereich sind zwei typen und wenn man das mit ein paar leuten macht die im staffel sind wenn die auch runter kommen dann fliegen die halt nicht diese zwei typen fliegen also es kann sein dass nur einer fliegt aber die müssen mal bei dem mit fliegen sonst fällt keine wicke Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Für mich sind jetzt alle Hunde aus meiner Staffel und wir gehen zu Smoe, die alle Rächer wegräumen. Ich habe etwas gesagt. Vielen Dank. 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 Und dann gehen wir auch einen Schritt sicherer. Ja, wo bleibt die zweite? Markus, wo ist der zweite? Ja, wo ist der zweite Typ? Ja. Leider? Ja, da kommt der Büro. Ja, da kommt der Büro. Ja, da kommt der Büro. Oh, 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 oh. Ja, da kommt der Büro. Ja, da kommt der Büro. Ja, da kommt der Büro. Ja. 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 Ja, da hat er jetzt die Dose geholt. Ja. 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 Ja, danke, dass du mich reparierst. Alt explain. cool. Genau. Also der Nabiosystem wurde breitgeschaltet bei den beiden. Den kann man so nachüberprüfen. 말 drücken E – Pilot geschichte und hier, open our Tube. Untertitelung des ZDF, 2020